Das Beste, ein positiver Blick in die Zukunft, begleitet es mir der Beste. Jeder für sich selbst das Schönste, aber nicht das Beste für uns alle weht. Ich glaub an das Gute und an den Verstand auf der Welt. Ich weiß, dass für jeden Menschen Zufriedenheit sehr viel zählt. Doch ist es leider oft so, dass uns der Blick für das Ganze fehlt. Und jeder für sich selbst das Schönste, aber nicht das Beste für uns alle weht. Neue CD, neuer Download, neues Album, hört sich das an. Danke. Danke.